Ok Ich mach das jetzt mit dem Slash-Back einfach immer. Ich werd gebatscht. Ich krieg eine gewischt, aber woher? Kicked from server. Ey, Dummdussel, meinst du das ernst? You got owned. Was ist mit dem? Das ist nicht lustig. Ich will das Let's Play together aufnehmen. Was ist das für ein Affen? Moment mal, was muss ich hier überhaupt machen? Ich glaub, ich guck mir das erstmal an. Ich weiß grad auch nicht, wo ich lang muss. Ah, da sind Pfeile. Ach, da bin ich eben von getroffen worden, von dem Pfeil. Alles klar. Ah, Moment, hat der Pfeil mich getötet dann? Aber nee. One-Hit-Pfeile? Ja, nee, aber der Pfeil kann mich ja nicht kicken. Sicher? Slash-Back geht das? Oh, hier ist was am Unterfall. Ich bin, hier warst du. Oh, ich fang einfach da wieder an, Leute. Nee, das ist mir jetzt hier... Das ist mir jetzt hier zu blöd, ganz ehrlich gesagt. Hey, ich kann deinen Namen wieder sehen. So, Slash-DM. Nee, das ist mir wirklich, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen... Achso, toll. Zu blöd Stein. Achso. So, so was ist das auch noch. Ganz lustige Steine. Nee, das ist mir zu blöd jetzt hier mit dem... Acht mal. Ja, da hab ich's nämlich geschafft. Hä, toll. Da hab ich's nämlich geschafft. Hui. Aber okay, euch zuliebe versuch ich's jetzt doch nochmal von vorne. Einmal. Und dann, äh, ja. Können wir eigentlich, wenn... David, wie weit bist du eigentlich? Von dir hört man ja hier gar nix, David. Ich bin... Irgendwo unter dir. Hab ich doch gerade den Namen über mir gesagt? Ich glaub ja. Ja, ich brenne jetzt. Aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. Weil hier ist eigentlich keine Lava. Hab ich gerade gebrannt. Aber ist in Ordnung, Dummdussel. Ich glaub, du bist... Ich brenne schon wieder. You've been set on fire? Alter. Ey, der will mich trollen. Ohne Scheiß. Entweder der Dummdussel oder der Ankio. Aber die sind doch gar nicht offen... Nee, müssen die auch gar nicht. Oder? Die können über Server-Konsole. Ja, ja, genau, Alter. Die finden das auch noch lustig, ey. Was ist mit denen? Ohne Scheiß. Ich freu mich schon, wie du den Part benennen wirst. Hm. Tode von Geisterhand. Alter, ich bin schon wieder on fire ges... Nee, nö. Find ich nicht lustig. Alter, Dummdussel. Glaubt halt echt nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Wie dumm sind die? Oder... Okay, ich kann nicht ausschließen, dass es vielleicht nicht doch irgendwas anderes ist, aber... Nee. Ey, das ist so unfair, ne? Das ist so unfair einfach. Was soll das? Was soll das? Ohne Scheiß. Wo ist der Dummdussel? Leute, was ist mit dem? Mal gucken, wie lange das Daub ist, wieder stürzt. Ankyo? Bist du das? Scheiß Affenmensch? Ich glaube, die haben sich ein Scheiß mit dir. Ja, ich glaube das auch. Ich finde das aber gar nicht lustig, weil ich ja gerade Aufnehmer auch. Aber das interessiert die Idioten ja wieder nicht. Wenn sie es denn wirklich waren. Oh, schau mal, gerade ein Pferdchen gemacht. Ich verstehe auch gar nicht, was so was soll. Also ganz im Ernst. Wenn die das waren, ich verstehe nicht, wie man an sowas so viel Spaß empfinden kann. Das ist... Nee, das verstehe ich halt nicht. Also wenn der Ankyo da sein sollte, dann ist das wirklich ganz besonders traurig. Ich trolle nicht. Okay, das glaube ich dem Ankyo mal. Der Ankyo trolt nicht. Ankyo? Ich glaube dir. Warum ich dir glaube, weiß ich zwar gerade selber nicht. Aber okay. Skype. Okay. Das ist ein Buggy Plug-in. Warum macht man denn sowas da drauf, alter? Bist du denn des Wahnsinns? Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe es auch geschafft. Ich brauche nur noch einen Job. Oh. Ohne Worte, Dummdusel. Ohne Worte. Was hast du denn da für ein Buggy Plug-in drauf gemacht? Hast du Barbie und Ken 2.0 da drauf gespielt? Irgendwie vor heute Nacht. Naja. Das war unfair wegen den Learen. Ja. Du kannst sagen, ich warte mal hier. Aber soll ich das wirklich tun? Oh, ich jetzt bin ich auch tot. Und ich war gerade beim Knopf. Äh. Warst du beim Knopf? Ja, ausnahmsweise war ich beim Knopf. Ja, da war ich ja auch schon. Ja, stimmt. Äh, wir spielen auf jeden Fall dann schon mal nach. Bist du gut, Mann. So, warte. Ich komme jetzt auch eben vorbei. Verderbt mir ruhig mein Erweiterlebtnis. Aber, aber das war doch gar nicht so gemeint. Ja, wir machen aber hier. Nein, fuck. Ja, komm, das habe ich das letzte Mal auch geschafft. Ja, komm, das habe ich auch geschafft. So. Beim Knopf. So, ich lasse mich da mal sterben. Dann können wir eigentlich die nächste Stage annehmen. Ja, Leute, tut mir leid, dass das hier so Buggy ist und alles. Aber, äh. Achso. Ich kann noch nicht mal sterben. Jetzt hat der Flagg in mich unverwundbar gemacht. Hey, das ist die voll letzte Stage, oder? Äh. Ich kann den Server nicht mehr reachen. Ähm, ich auch. Das sind die Augenblicke in dem Leben eines Minecrafters, in denen man sich denkt, es geht wieder. Okay. Alter, was hast du mit dem Server gemacht? Hm, nun gut. Okay, Leute. Das scheint mir ein bisschen rätselhaft. So, äh, bist du bereit hier? Komm, Stage 6, wo bist du? Ja, ich bin auf dem Weg auf dem Server, so. Logging in. Lass dich, lass dich zerstören. Dann werden wir gemeinsam in Stage 6 vorgehen, Leute. Oh yeah, Stage 6. Nummer 5. Und David Lero died. Gut. Oh, hast du dich an den Fackeln verbrannt? Ja, ich glaube so. Boah, das ist ja heftig. So kann man doch nicht zocken. Kann man sich jetzt echt an den Fackeln verbrennen? Ach guck mal, ich bin auch gestorben. Ne, ohne Scheiß Leute, es passt von der Zeit gerade. David, wie sieht das bei dir aus? Aber ich würde sagen, wir führen das weiter, wenn das wieder geht. Ach guck mal da. Hey, du brennst, Render. Toll. Ey, wie behindert ist das denn? So, jetzt habe ich GM. Sollen wir das weiterführen, wenn das wieder funktioniert? Ja, jetzt haben wir die Stage schon geschafft. Ja, genau. Ein kleines Erfolgserlebnis. Kleine, sagen wir mal, Stage 5 hätten wir damit geschafft. Dann haben wir noch Stage 6 und hier die Stage 7 vor uns. Ne, noch nicht reingehen. Ja, die werden wir dann noch machen, wenn der Dummdusel hoffentlich das hier alles mal gefixt hat und ich nicht dauernd vom Server gekickt hätte, was heißt dauernd einmal, nicht dauernd irgendwie an irgendwelchen Sachen, wo gar kein Feuer ist, verbrenne, genauso wie David gerade und wir nicht irgendwie das Gefühl haben, wir werden übelst getrollt von irgendwelchen Leuten. Ja, also insofern würde ich sagen, hätten wir Stage 5 geschafft, schaut auf jeden Fall mal beim David bzw. Dragon King LP vorbei und jetzt darfst du noch deine Frühjahrsrede halten. Frühjahr? Dann fast Sommer. Dann deine Sommerrede. Ja, guckt mir vorbei. Wenn ich euch gefalle, aber auch wirklich nur dann abonniert mich, weil ich mag keine Toten-Unenden, die wirklich nur da sind, um abonniert zu haben. Ja, das ist ja auch vernünftig eigentlich. So, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder vom Dungeonrunner Together und wollen dann hoffentlich Stage 6 und 7 mal gut hinter uns bringen. Also, bis zum nächsten Mal. Ohne Schöne. Tschüss. 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 Tschüss.